Aber ich bin gehypt, ja, ich bin gehypt. Heute ist der Tag der Tage. Ich hab das irgendwie im Mobil. Irgendwie hab ich's echt im Gefühl. Oh ja, der ist es. Der ist es. Oh, mhm, Chat. Belieben. Das für ein Sprung. Egal, aber hat funktioniert. Oh, ne, 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 ne. Jawoll. Belieben, Chat. Belieben. Belieben, dass die Hölzer gönnen. Oh, ne, oh, ne. Oh, ne, oh, ne. Die Hölzer gönnen nicht. Die Hölzer gönnen nicht. Ne, auf keinen Fall. Das war, glaub ich, ein sehr persönliches Ding zwischen dem Holzstück und mir. Oh, oh, wo will ich denn da hin? Wo will ich denn da hin? Oh, ne, bald wieder dieses scheiß Holzstück kommt. Das ist unglaublich. So ne kleine Ecke vorm Holzstück reicht auch schon aus, dass es mich einfach nur bricht. Innerlich will es mich einfach brechen. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Flüssig, genau, optimal. So will ich das sehen. Oh Gott, wo bin ich denn da hin gesprungen? Also das war ja komplett die Falschrichtung. Jawoll, jawoll. Oh, knapp. Aber wenn drauf. So, Chat. Wir sind gleich wieder bei der Liebeskugel. Oh ja, bleib drauf, bleib drauf. So, wie komm ich da am besten hoch, Chat? So nicht. Ich krieg den Sprung nicht mehr hin, bei dem Ding. Chat, irgendwelche Tipps, wie ich den Sprung machen muss? Die, die es vielleicht schon mal gemacht haben? Kann doch nett sein, oder? Da! Dann, wenn ich immer die Anzeichen habe, dass ich draufbleiben könnte, erwischt mich jedes Mal die Kugel. Jedes Mal. Nee, das ist nicht der Sprung, mein Lieber. Das ist nicht dieser Sprung, den ich haben möchte. Mega. Das ist unglaublich. Naja, sieben Sekunden krieg ich das hier nicht mehr. Luz Yourself lief eben schon, ja, das hab ich aber manuell angemacht, zum Anfang des Streams. Das ist jetzt wirklich aus der Playlist. Wir machen auch gleich eine andere Playlist an. Wie gesagt, da sind ja jetzt auch nicht so viele Lieder drin, deswegen ist die schnell durchgehört. Mach gleich eine andere Anchat, beruhig. Beruhig sie sich bitte, okay? Aber ich glaube, Eminem ist erstmal das Lied, was ich hier auch bei den Hölzern brauche. Was ich benötige. Let's go. Let's go, Jet. Diese Hölzer, diese Hölzer, es ist unglaublich. Never let it go, you only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You're at no more games. I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like Tudorf's cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and moved to the stage. Mhm, mhm. Jet, believen. Let's go. Oh, da kriegt er den Sprung nicht hin. Ich raste aus. Let's go, Jet. Let's go. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Kann man mitmachen. Klar, Lukas. Klar. Einfach gleich den Lobbycode eingeben. Und dann kannst du auch schon mitspielen. Oh, nee. Das ist unglaublich. Wieso kriege ich diesen einen Sprung nicht mehr hin? Diesen einen Sprung. Oh, das war knapp. Oh, nee. Viel zu spät. Äh, viel zu früh abgesprungen. Ja, ja, da ist es, Jet. Da ist es. 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 Ja, nur dein Lied. Ja, nur dein Lied. Und wir müssen es heute schaffen werden. Habe ich es nicht gesagt. Da ist es. Da ist es. Untertitelung des ZDF, 2020